hallo ich grüße euch auf meinem kanal lego technik ich hatte jetzt mal wieder richtig lust was von technik zu bauen und da kam mir dieses modell der normal 43 euro kostet für etwas auf 30 euro in die finger und da sind wir dann auch bei einem teilepreis der geht dann schon so richtung fünf cent dabei auch viel pins hat bei technik ist das denke ich dann aber schon ein ganz guter deal und das hatte ich immer schon mal im auge aber dann habe ich auch gedacht naja warten wir noch ab und oft ist es ja mit dem preis auch immer so ein thema dass man sagt ja es ist nicht von schaden wenn man dann einfach mal ein bisschen wartet und ja wie ich den jetzt so bewertet das werdet ihr erfahren wenn ihr dran bleibt ja ehrensache ist natürlich dass ich solche geschichten wie diese blauen pins hier weitestgehend eliminiert habe werdet ihr euch dann gleich auch mal ansehen können wie das gelungen ist und dann bin ich natürlich auf eure meinung gespannt also dann lasst gerne mal like kommentar nachher da und falls noch nicht passiert ein abo wird mich sehr freuen ja dann stellen wir das mal hier in den hintergrund und nehmen den harvester hier dann mal in den vordergrund und dann gehen wir kurz noch mal auf die sticker ein klar bei technik hat man auch immer irgendwo sticker mit dabei das hält sich aber im rahmen es sind jetzt natürlich solche schriftzüge john deere mit der modellnummer und ein paar bedienelemente im führerhaus ja und was war es noch hier hinten diese diese rücklichter bzw diese barken hier auch noch mal das schon dir zeichen dieser hirsch also ein achtung zeichen ja das sind alles kleine sachen die man theoretisch auch weglassen könnte aber hier ist auch noch mal dieser hirsch dieses john deere alleine durch die sage ich jetzt mal farbgestaltung kommt man eigentlich schnell darauf dass es eben ein schon hier ist ersatzteile haben wir auch ein paar und hier seht ihr auch schon das ist so in etwa die anzahl der blauen pins die ich eben ersetzt habe das sind hier gar nicht mal so viele ein paar blaue pins habe ich auch weiter im inneren gelassen weil man sie nicht so direkt sieht und deswegen ist das eigentlich gar nicht so viel aber es sind halt dann doch wieder so ein paar stellen wo es unschön aussieht also hier vorne zum beispiel dann hier und da habe ich sie halt ersetzt hinten halt ja wir haben die anleitung die können wir uns noch mal anschauen die ist natürlich soweit absolut nachvollziehbar kann man also ganz gut nacharbeiten wir haben hier 177 bauschritte da werden zuletzt die reifen installiert die räder die eine unterschiedliche größe haben das ist hier natürlich gut weil die lenkung ist auf der hinterrad achse ja und was ich sehr aufwändig gebaut finde da hätten hätte lego sich glaube ich sogar teile sparen können finde ich halt hier dieses mähwerk da hat man doch ordentlich zahnräder spendiert weil das hier so doppelt aufgesetzt ist diese großen und dann noch die etwas kleineren drüber das hätte man meiner ansicht nach sogar etwas einfacher gestalten können hätte der optik jetzt auch nicht wehgetan aber wir meckern ja nicht drüber wenn wir was bekommen was vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre ja also das ganze lässt sich gut bauen wir haben glaube ich vier tüten gruppen es sind wirklich auch noch tüten nicht papier tüten also plastik ist hier noch angesagt aber ja das geht also hier hat man immer mal ganz schöne draufsichten oder von der seite noch mal sichten die so die achse noch mal genau zeigen dass man sieht wir müssen jetzt genauso aufsetzen dass sich das dann so übereinander fügt ja und da gibt es eigentlich keine problematiken ich hatte jetzt nichts wo ich mich irgendwie hab verbaut weil es nicht gut dargestellt war also das ist absolut nachvollziehbar gut dann können wir die schon weg legen und dann kommen wir zum eigentlichen modell das ist ja auch das worum es wirklich jetzt geht hier dieses dieses in dem führerhaus die der sitz und lenkrad und so weiter das ist jetzt hier noch mal so auf halbe noppen aufgesetzt das war ganz gut gemacht und wir haben einige funktionen also da ist zum beispiel diese hinterrad lenkung oder hinter achsen lenkung und die ist sehr sehr gut muss ich sagen denn wir haben hier einen ganz tollen einschlag und wir kommen hier auch relativ schnell rum also das geht hier wenden in vier zügen ist hier gar kein thema das funktioniert tadellos ich muss gestehen ich hatte wirklich am anfang hier ein kleines problem dachte noch lego nicht am ende noch verkacken aber da habe ich hier auf diese beigen dreier achsen hatte ich die räder nicht weit genug drauf gesetzt und habe hier so ein bisschen immer angeschlagen an diesen kotflügeln und dachte das kann doch nicht sein und bis ich dann drauf kam in schloss ist gar nicht richtig drauf gedrückt ja wir gucken mal von unten also hier seht ihr noch ein paar blaue pins die habe ich jetzt halt nicht ersetzt weil man die halt wirklich nur sieht wenn man es umdreht beziehungsweise ganz in die tiefe schaut und ansonsten ist das farb entspannt wir haben grün und gelb bisschen grau ein bisschen rot aber dass das passt finde ich und ja hier noch rot orange bei diesem steuer knüppel was ist glaube ich darstellen soll hier oben beleuchtung rote lichter rücklichter klar da muss natürlich immer noch mal ein farbklecks da sein ja und ansonsten haben wir noch als funktion dass wir dieses mähwerk hier nach unten setzen können mit so einem bügel den wir hier mit diesem zahnrad entsprechend setzen und wenn wir dann nach vorne fahren dann geht das mähwerk mit nach hinten nichts wir müssen also schon nach vorne fahren macht ja auch sinn und selbst wenn man lenkt geht das mähwerk mit also das funktioniert wunderbar und da kann man auch richtig schnell fahren wie gesagt nach vorne fahren ist natürlich wichtig es mäht quasi nur nach vorne ist genauso wie bei seinem hand mehr den er vielleicht noch kennt wenn man den nach hinten zieht dreht sich die walze zwar aber die messer können nicht entsprechend das gras greifen also klar so ist die funktion vorgegeben ja wir haben hier rückspiegel da ach so da sind zum beispiel auch noch aufkleber drauf so silberne zeige ich euch noch mal die reflektieren dann auch so ein bisschen sollen so ein bisschen diesen spiegel halt dann auch noch mal wieder geben das ist gut gemacht ja also wir haben eine lenkung wir haben dieses funktionierende mähwerk mit sehr sehr vielen zahnrädern und wir können es nach oben stellen und dann rastet das auch richtig ein also fällt jetzt nicht runter auch durch erschütterung nicht und ich muss sagen das hat wirklich wahnsinnig viel spaß gemacht den zu bauen also das war wirklich ein vergnügen also man hat das manchmal bei so einem bau macht richtig spaß will gar nicht dass das aufhört also man hat auch ein bisschen zu tun ich habe wieder nicht auf die u geguckt leider immer mein problem aber man hat da schon ein paar stunden mit zu tun nicht weil es kompliziert ist sondern weil es einfach ein schöner bau ist der einfach spaß macht und einfach detailliert auch ist so muss man sagen ja so was ich jetzt noch gemacht habe und zwar dieses diesen auswurf für das gemähte gras heu stroh was auch immer den habe ich schon von sich aus ein bisschen verlängert aber das war mir noch nicht genug sondern ich habe einfach mal noch eine alternative gesehen und zwar mache ich da mal den pin hier raus habe ich das noch mal aus lift armen gebaut und das will ich euch mal zeigen fand ich noch ein bisschen schicker insgesamt weil man das jetzt hier nochmal so umlegen kann jetzt habe ich glaube ich nicht richtig drauf gemacht nehme ich muss so rum drauf drücken also hier einen klappbaren auswurf ob das jetzt wirklich sinn macht weiß ich nicht aber ja man kann es dann hochheben hat hier noch mal die möglichkeit das ein bisschen zu verstellen also da haben wir noch mal so eine kleine funktion sozusagen ich habe das noch mal mit fliesen verkleidet soweit ich die noch griffbereit hatte und man hat halt dann die möglichkeit dass hier ein bisschen platzsparen da rein zu klappen fand ich jetzt eigentlich noch mal eine ganz schöne erweiterung müsst ihr natürlich auch sagen was ihr davon haltet weil dieses ding war etwas kürzer angedacht aber ich zeige euch jetzt auch warum ich diese verlängerung vorgesehen habe denn wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt gibt es ja von lego schon ein john deere modell mit anhänger und das ist dieses gute stück so und dann würde man ja normalerweise daneben her fahren und dadurch dass das balkenmähwerk jetzt doch ziemlich breit ist muss der traktor der daneben fährt ja auch einen gewissen abstand einhalten und wenn ich dann aber hier jetzt das ausklappe dann funktioniert das auch weil dann komme ich hier auch wirklich zum füllen rein und das war das was ich natürlich erwartet habe oder wollte und selbst mein verlängertes auswurf ding ist in etwa auch dieses maß also den könnte man jetzt so auch nehmen das ist jetzt geschmackssache aber ich fand halt bei technik ja kann man dann auch mit lift armen was machen ja und das ist doch wirklich ein super gespann insgesamt ich habe diesen tollen traktor der hat hier die knicklenkung hat und der fährt halt jetzt hier schön neben und muss dann im entsprechenden rhythmus bleiben und ja dann kann man hier das mit dem abgemähten gut füllen und ja das passt doch wirklich super gut zusammen oder was meint ihr ja also hier hat man wirklich eine insgesamt eine spielwelt was jetzt hier diese john deere landwirtschaftlichen fahrzeuge angeht und ja das passt wirklich gut zusammen also wer da so ein bisschen ja auch im regal was zusammen hinstellen möchte der hat hier wirklich von lego jetzt zwei super gute modelle und die machen auch richtig spaß zu bauen muss ich wirklich sagen ja habt ihr diese modelle auch eventuell gebaut wie es eure erfahrung dazu wie findet ihr meine kleinen umbauten also klar blaue pins ist ja immer so eine sache der eine oder andere stört sich nicht so dran ich finde es halt für die optik immer wichtig und ich habe halt hier schwarze dreier pins und die passen hier ganz gut rein dunkelgrün habe ich sie nicht aber mittlerweile gibt es die ja auch in vielen vielen farben gelbe habe ich definitiv noch welche und schwarze habe ich welche und von daher ja immer wieder eine kleinigkeit dazu hier habe ich ja zum beispiel auch diese klappe hier dazu entwickelt und wenn da ein bisschen gewicht von innen gegen kommt dann geht die auch entsprechend auf ja das könnte man jetzt natürlich noch mit gelben schüttgut füllen und dann hätte man hier noch mal ein sehr sehr schönes ja eine schöne erweiterung sage ich jetzt mal ja also ich bin auf eure meinung gespannt ja lasst gerne wie gesagt ein like und kommentar da und falls noch nicht passiert ein abo würde mich sehr freuen und dann bis bald tschau tschau